So Freunde willkommen zu diesem Video. Wir werden die Wettstreite der Elemente einmal spielen und werden danach auch beschwören. Also wir haben ein bisschen was vor uns. Wir ziehen das ganz geschmeidig durch und arbeiten erstmal mit kleineren Helden wie wir es auch sonst immer tun. Schauen wir mal was dabei rumkommt. Truppen ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Die knallen wir da jetzt so durch und fertig. Auch Materialien auch nicht. Oh das sieht natürlich gut aus. Das ist viel rot. Ja wenn ihr schon durch seid damit könnt ihr ja mal reinschreiben wie es lief. Ob es jetzt besser lief im Vergleich zum letzten Mal. Weil es ist ja immer so man hat ja dann in der Zwischenzeit Zeit um halt neue Helden zu leveln. Obwohl man weiß ja da habe ich mir jetzt extrem schwer getan. Das ist ja das was ich auch immer mal sage das sich verbessern. Ich habe gar keinen Highlighter dabei stelle ich fest. Also dieses ambitionierte Spielen sozusagen. Sich verbessern zu wollen. Und das heißt ja nicht immer dass man in dem Fall neue Helden haben muss. Sondern einfach auch mal einfach was Neues gelevelt hat in dem Fall. Das würde mich mal interessieren. Die Leute die vorher gestruggelt haben. Ob sie sie jetzt geschafft haben oder halt eine roten Helden gelevelt haben und dementsprechend weiterhin im Hintertreffen waren. Ich würde gerne den Namahage. Ja gut. Und ihn eigentlich. Hm. Ja. Alles klar. Sollte weg sein. Okidoki. So. Feuern ihn mal. Wir machen ihn an. Dann sieht das schon ganz gut aus. So dass wir. Ja. Wunderbar. Direkt so in die Mossrunde reingehen können. Also. Feuer frei. Zack. 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 Upido auch noch. Ja bumm. Dann gucken wir wo der Irrwitzhammer. Ob der Irrwitzhammer nochmal trifft. Trifft er. Alles. Easy. Okay. Sehr gut. Weiter geht's. Dreitausender Teamstärke. Ja. Jetzt nehmen wir hier mal ähm einen Heiler mit. Hm. Was? Ich nehme nochmal einen Irrwitzhammer mit. Und einen Heiler hätte ich gerne. So. Zack. Zwei. Acht. Ja. Wird schon hinhauen. Mit dem doppelten Irrwitzhammer. Geht das immer gut. Habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja jetzt auch im Moment dabei. Den Hei zu leveln. Für den mythischen Titan. Der ist ja so gut wie fertig der Hei. Ähm. Aber deswegen. Ich muss den erst noch zu Ende bringen. Um dann. Den mythischen Titan angreifen zu können. Ja. Also. Mythische Titan Video ist bis dato noch nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil. Wo sie noch leveln. Den kleinen Hai. Okay. Oh. Das war viel Damage. Nie schlecht. Nie schlecht. Das ähm. Geburtstagsportal ist auch raus. Das werden wir uns auch angucken. Ich weiß noch nicht genau wie die Chronologie sein wird. Ähm. Da ist ja alles relativ vieles. Und ich jetzt nicht das chronologisch abarbeite. Ja. Ähm. Wäre vielleicht schlauer. Aber ich mache gerade das. Äh. Worauf ich Lust habe. Und super Elementar Quest wollte ich. Äh. Jetzt weg haben. Deswegen. Ist die jetzt einfach mal. Hervorgekommen. So. Mit äh. Schlauzunge. Mit dem Team bin ich eigentlich zufrieden. Ähm. Das ist. Funktioniert soweit ganz gut. Problem ist halt. Aber das ist ja so der Klassiker. Äh. Ich verliere. Wenn ich verliere. Dann liegt es nicht daran. Dass ich da. Dass das Team schlecht ist. Oder sowas. Sondern halt einfach. Dass ich keine Steine kriege. Also wir sind glaube ich. An dem Punkt angekommen. Wo man jetzt sagen kann. Äh. Die Teams sind alle soweit gut. Das Board muss halt jetzt auch. Nur noch so sein. Äh. Übriges tun. Ne. Und wenn halt das Board nicht will. Dass du da deine Steine kriegst. Ich hatte zum Beispiel. Ein PvP. Ähm. Lief alles super. Ich hab. Ähm. Zwei Helden. Also der Start war sehr gut. Ich hab. Äh. Daran gearbeitet. Dass ich meine. Meine Hauptfarbe vollkriege. Und. Ein Stein hat gefehlt. Ein Stein. Und der kam halt nirgendwo mehr. Und dann. Und dann. Nach fünf Zügen. halt dafür sorgt. Und dann halt dafür sorgt. Ähm. Es nicht so geil dann läuft. Ja. Und dann liegt es halt nicht an dem Team. Wenn ich den. Nur das ist. Das ist zwar dann ärgerlich. Aber dann siehst du halt. Okay. Die Teams sind soweit erstmal in Ordnung. Wir reden jetzt nicht von Gegnern. Seven DD mäßig so. Ne. Sondern normale Gegner. Mit normalen Defensiven. Und nicht dieser ganze Reisefamilie. Quatsch da. Da. Brauche ich. Bessere Helden. Und auch. Super Startboards. Um da was zu machen. Wobei wir natürlich auch im Turnier. Schon. Ähm. Doppelte Skorpion Lady besiegt haben. Ne. Aber da war halt das Board dann auch wieder gut. Also es ist halt. Ist halt da so ein bisschen. Bisschen schwierig. In dem Zusammenhang. Aber so. An sich. Kann ich sagen eigentlich. Dass meine Teams soweit. Gut sind. Habe ich jetzt nicht unbedingt. Natürlich. Besser geht immer. Ist klar. Ne. Aber. Muss jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht beschwören. Und weil meine Teams zu schlecht sind. Das zum Glück nicht. Aber deswegen fuck das halt immer dann. Noch mehr ab. Ne. Wenn du dann so siehst. Ja. Super. Du weißt. Das Team besiegt. Kann. Besiegt jeden. Oder könnte jeden besiegen. Und dann kriegst du halt. Gar nichts. Ne. Das ist halt immer. Sehr frustrierend. Aber dann denke ich mir. Auf der anderen Seite. Ja gut. Wenn es nur das ist. Dann. Sehr in Ordnung. Im Moment läuft ja auch im Krieg. Ist ja auch nicht so. Dass wir im Krieg kein Land sehen. Sehr. Die Sau hier. Die ist schon ganz gut. Gut. So. Weiter geht's. Ja. Euch nehmen wir da weiter. Wir packen jetzt aber mal hier. Aheghan rein. Und Kestrel. Ein bisschen stärker. Das Team. Also. Held. Helden. Die wir halt. Nicht mehr. Nicht mehr sehen. Oder noch nie gesehen haben. Wie Baldur zum Beispiel. Ja. Würde ich halt auch gerne leveln. Aber macht halt keinen Sinn. Wenn ich nicht das Kostüm habe. Und ich sehe halt nicht ein. Bei Valhalla zu beschwören. Wenn. Solche Portale. Wie jetzt das Geburtstagsportal sind. Oder Truppenportale. Oder. Neue Events. Oder sonst was. Das ist halt. Der Nachteil. Wenn du halt. Die neuen Helden rausschmeißt. Als. Gäbe es kein Morgen mehr. Wird halt dann. Uninteressant. Was. Wiederum aber schade ist. Weil. Da sind halt auch. Bei Season 3. Sind halt auch. Noch coole Helden dabei. Ist ja nicht so. Dass die alle scheiße sind. Vor allem. Wenn die die Kostüme haben. Aber. Welcher normale Spieler. Der jetzt. Entweder. Ja. Gut. Wir sagen jetzt einfach mal. Normaler Spieler. In Anführungsstrichen. Der Geld ausgibt. Ja. Aber halt auch nicht. Hunderte. Und Tausende. Von Euros. Jeden Monat. Wie soll der. Da. Beschwören. Der sieht ja kein Land mehr. Der muss sich ja entscheiden. Welches Portal er nimmt. Weil sonst. Gedert ja nicht. Ja. Also. Sind diese ganzen. Diese ganze Flut. Vom Portal. Eigentlich nur. Was für Leute. Die halt. Genug Kohle haben. Oder halt auch. Äh. Ja. Zum einen. Genug Kohle. Oder halt auch. Sonst nichts anderes. In ihrem Leben. Halt haben. Außer dieses Spiel. Und das ist natürlich. Dann immer schwierig. Die sind natürlich. Dann auch immer. Sehr. Gefangenen. Sowas. Oder. Was natürlich. Auch. Deswegen. Deswegen spezialisiere ich mich. Auf nichts. In diesem Spiel. Weil. Ähm. Die Leute. Die für. Die auf mythische Titanen. Sich so spezialisieren. Ne. Und das. So sagen. Da. Das ist so mein Hauptding. Ähm. Die bringen sich natürlich. Selber auch. In eine beschissene Lage. Ne. Wenn dann ein. Der. 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 Der blaue Goblin. So. Der ist jetzt neu. Der macht viel Damage. Ja. Könnte. Könnte extrem gut sein. Ähm. Im Endeffekt. Äh. Es wird wahrscheinlich. Dunkelfeder. Trotzdem. Weiterhin. Noch. Da. Die Nummer 1. Sein. Weil. Bei Dunkelfeder. Halt. Nachfolgenden. Angriffe. Kommen. Sondern. Die. Auch. Nicht. Zu verachten. Sind. Aber. Das spielt. Jetzt mal. Keine Rolle. Es kommt. Dann. Halt. Ein. Ein. Geiler. Held. Raus. Für. Das. Was. Du. Gerne. Machst. In diesem Spiel. Da musst du. Gut. Und. Da. Bringst du dich. Selber. In eine. Beschissene. Situation. Dann. Musst du. Da. Geld. Ausgeben. Oh. Das war schön. Waldo. Ähm. Dann. Musst du. Da. Geld. Ausgeben. Um. Das. Was. Du. Gerne. Machst. Weiterhin. Erfolgreich. Machen. Zu. Können. Weil. Sonst. Geht das. Nicht mehr. Und. Verlierst du. Die. Und. Ein. Vorbei. Es. Ist. Blöd. Deswegen. Würde. Ich. Nie. Auf. Türme. Oder. Sonst. Was. Irgendwie. Einschießen. Weil. Ich. Genau. Weiß. Ne. Eher. Nicht. So. Wir. Haben. Keinen. Heiler. Grasul mit. Noah. Ja. Die haben wir. Ja. Da habe ich sie zuletzt gespielt. Ein bisschen her. Also. Das ist immer. Haben wir uns schon mal ein kleines Eulchen gemacht. Weil Carol sich da ein Minion gemacht hat. Deswegen. Kriegen wir auch ein. Das nicht. Das ist auch eine klasse Sache. Oder? Das ist. Das ist Fairness. Fairness unter Spots. Frauen hier. Und Tag. Wie viel haben die denn nochmal? Fast 500. Gar nicht mal so schlecht. Wenn die jetzt. Wenn Noah jetzt noch so ein richtig geiles Kostüm kriegen würde. Ah. Sie ist halt langsam. Das ist halt so ein kleines Problem. Was du da hast. Ich meine. Noah könnte man jetzt theoretisch spielen. Neben Nautica. Als Beispiel. Für einen krassen Support. Weil Nautica halt so dermaßen das Mana pusht. Dass halt dann so eine Nora relativ schnell an ist. Wenn man jetzt mit solchen Helden spielen wollen würde. Dann machen wir das mal an. Ja perfekt. Dann gucken wir mal jetzt hier. Machen wir dich an. Dich an. Und dann machen wir das. Dann haben wir nämlich auch das Chaos aktiviert. Wir feuern natürlich auch noch einmal. Das Chaos will ich natürlich jetzt noch nicht aktivieren. Kommt jetzt. Weil nächste Runde Bossrunde ist. Sind auch ganz gut dabei eigentlich. Oh das war schön. Wir feuern jetzt natürlich durch die Mitte. Er hat zwar gecleant. Aber er kann den Feind nicht weg machen. So. Zumlö ist weg. Das ist gut. Und als nächstes gucken wir mal. Dass wir den Sniper hier weg kriegen. Okay perfekt. So. Nora machen wir nochmal. Minion für Kestrel dahin. Damit da ein bisschen. Mehr geschützt ist. Aber wenn es völlig egal ist. Ist ja Quatsch. Ob da einer stirbt oder nicht. Perfekt. Okay. Läuft erstmal gut. Okay. Warte mal den Franzosen mal mit. Und dich. 4300. Ja. Sieht gut aus. Der Franzose muss durchhalten. Und mit seinem Brand. Und Zeit geben. Achso. Ach. War jetzt dumm. Die Minions machen ja auch den Brand. Ah. Undankbar. Ja. Das war nicht schlau von mir. Naja. Gucken wir mal. Vielleicht kommen wir auch gar nicht bis zur Bossrunde. Er weiß das schon. Aber das tat nämlich schon ordentlich weh. Aber wir müssen halt einmal in den Flow reinkommen. Sobald wir da einmal drin sind. Sollte das eigentlich. Eigentlich gut gehen. Tier an. Franzosen an. Wie viel Brandschaden ist das jetzt der da kommt. 311. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Was natürlich jetzt nicht geil wäre. Wenn jetzt Grasul. Ja. Ja. Er kann halt überall hingehen. Er kann halt auf jeden gehen. Und entscheidet sich aber. Für Grasul um Grasul rauszuhauen. Ist das jetzt. Läuft sowas dann richtig? Oder läuft das nicht richtig? Kann ja jeder mal für sich selbst jetzt überlegen. Aber naja. Wir haben ja. Wir haben ja. Noor. Wir haben ja die ganzen Minions. Das wird schon. Wir brauchen keinen Heiler. Franzosen kann ich mir eigentlich schenken. Warte mal. Wenn ich den jetzt anmache. So. Brandschaden ist überschrieben. Achso. Jetzt killen wir das. Okay. Kannst aber davon rausgehen. Dass sich das überschreibt. Was noch mal an. Ja. Gut. Komm hier aus. Dann soll es so sein. Das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Aber wie gesagt. Das war. Das war der Fehler. Den wir gemacht haben. Dass wir Brand Minions. Mit dem Franzosen. Zusammen mitgenommen haben. Aber. Jetzt nicht. Revierend schlimm. Schauen wir das Chaos mal an. Eigentlich kriegen wir bis dahin auch noch. Genug Steine. Um dann das Chaos noch mal anzumachen. Oh ja. Okay. Perfekt. Die Minions machen auch guten Schaden. Habe ich mal so festgestellt. So. Machen wir den Franzosen an. Machen wir Tür an. Machen wir ihn an. Machen wir das so und so. Gucken wir mal was das. Erstmal noch die Tür. Und nochmal den Franzosen angucken. Was uns das Chaos bringt. Okay. Nehmen wir erstmal die gelben. Wir gucken erstmal, dass wir Rudolf rauskriegen. Das ist so primär. Einen nach dem anderen. Ja klar. Er löst natürlich jetzt dann nochmal aus. Ah. Komm schon. Kill ihn doch. Lass dir das nicht gefallen, Noah. Als nächstes würde ich gerne den. Lina rausnehmen. Wenn die treffen, ist das aber ein guter Schaden, der da kommt. Also von meinen Minions jetzt. Guck mal. Da geht der Balken schon ganz gut runter. Und der Brand hilft auch. Ah. Schöne. Dann gehen wir erstmal hier hinten. Ja. Schade. Hat der nichts gebracht, meinen Heiler raus zu kegeln. Da war der Plan B besser. So. Weiter geht's. Jetzt kommen so langsam die interessanten Freunde. Franzosen nehmen noch eine Runde mit. Hör mal mit. Aris. Ritter. Okay. Truppen sind wir jetzt auch. Das ist wie gesagt nicht wichtig für mich jetzt. Das wird nicht daran scheitern, dass ich eine 5 Sterne Truppe unter dem oder dem habe, ob ich es gewinne oder verliere. An dem Punkt sind wir jetzt hier. So da, wo wir jetzt gerade spielen, sind wir da nicht mehr. So. Franzosen an. Unheil. Geh mal da hin. Du gib da hin. Chaos an. 211 Brandschaden. Das ist auch nicht schlecht. Da mal mit Leben. Chaos auch wieder an. Eigentlich mal so schlecht. Ritter wäre halt auch das Kostüm irgendwie mal cool. Aber da muss man halt auch fairerweise sagen, in den Portalen beschwöre ich halt auch nicht viel. Aber deswegen kann ich da noch nicht mal sagen, ja, ich habe ja alles gegeben und sowas und kommt nie was. So ist es ja nicht. Ich habe mich ja in den Portalen jetzt in den letzten doch dann eigentlich ganz okay zurückgehalten. Bisschen was gemacht, ja, aber nie so, dass ich jetzt sagen würde, da habe ich jetzt aber richtig hart für beschworen für den. Dann kannst du da jetzt auch erstmal so nicht nichts erwarten. Ah, ist wieder alles. Alles relativ easy aus, tatsächlich. Die Sniper-Regeln, ja. Ah, viel. Solche Kombos. Die muss ich bei mythischen Titanen kriegen, dann bin ich glücklich. Ich warte jetzt mit dem Chaos. Da warten wir jetzt auf die nächste Welle, weil wir sind jetzt nicht mehr so weit davon entfernt. Hm. Ja, machen wir das so. Ich hoffe mal, ah, es wird nicht reichen. Oh, doch, vielleicht. Doch, okay, reicht. Gut. Dann Feuer frei, Bossrunde. Wen haben wir hier? Elisabeth, okay. Nicht schlecht. Wir machen uns jetzt zum Minier. Da ist er schon gut down, ja. War nicht schlecht. Brandschaden kommt auch noch von dem Franzosen. Ja, solide. Darkest Team. Da sieht man halt auch, es müssen halt auch nicht die top aktuellsten Helden sein, um das, äh, zumindest hinzukriegen, ne. Man kann jetzt auch noch mit Items nachhelfen, wenn man denn möchte oder muss oder wie auch immer. Aber, das ist soweit erstmal ganz gut. Ja. Mh, nehmen wir ihn nochmal mit. 4,8. Wir haben 4,7. Ja, wird schon. Wir haben ja auch kritischen Damage durch Aris, ne. Das ist ja auch ganz, ganz nett. Einzige Problem. Ja gut, obwohl eigentlich nicht. Ja gut, Ruffian ist so ein bisschen, ähm, was Heilung angeht, ne. Es ist ja mehr, die Heilung beschränkt sich ja mehr auf die beiden Vierer hier. Was aber gar nicht mal so schlimm ist, tatsächlich. Aber wir kriegen ja Minions. Wir müssen halt nur einmal alle ankriegen, bevor wir größtenteils tot sind. Dann funktioniert das eigentlich. So, dich an, dich an, dich an. Zack, drauf. Boom. Boom. Und dann tat das schon weh. So, jetzt haben wir den kritischen Schaden. Wir haben jetzt. Äh, hä? Äh. Äh. Aber er hat das Kleingedruckte nicht gelesen. Wann kann der denn da durchschießen? Seit wann kann er ja sowas. Für einen Drecksack ist das denn? Okay, dann haben wir wenigstens getroffen. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir, dass wir verfehlen. So, gucken wir mal. Hypnos. Was kriegst du ab? Oh ja, da kommt. Kritisch. Wie lange sind wir denn blind? Ein Zug noch. Okay. Und dann. Zack, zack. Das sieht erstmal ganz gut aus. Mana-Kontrolle for the win, würde ich mal sagen. Um Brandschaden. Ja, die sehen halt jetzt gar kein Land mehr. Alles wegen Aris. Wenn ich Aris aus Thym hätte, ja? Dann würde ich Aris auch offensiv spielen. Auf jeden. Aber dafür müsste ich in der Taverne beschwören. Und Taverne ist für mich halt nicht so anspruchsvoll, weil halt so viele andere Portale da sind. Da drehen wir uns wieder im Kreis. Das hatten wir schon, das Thema, ne? War so ein Aris im Kostüm mit der Truppe, die ich habe. Ich habe ja die richtige Truppe für ihn. Der wird schon gut abgehen, glaube ich. Aber naja. Es gibt ein Beschwörungsvideo auf YouTube von dem Geburtstagsportal vom YouTube-Kollegen Cyrano, in dem wir jetzt letztens im Krieg gespielt haben. Er hat auch ein paar Juwelen. Er hat ein paar Juwelen, mit denen er da beschwert. Ich glaube, das sind sogar mehr, als Kareen hatte. Die Leute, die... Aber ich habe ja mal mit ihm geschrieben, der hat ja auch irgendwie fünf oder sechs Mal Forces und spielt halt jedes Team mit Alpha-Sport und sowas. Das ist halt eine andere Kategorie. Also da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, weil das ist halt so realitätsfern für mich, so viel da reinzustecken. Selbst wenn man es könnte, ne? Das ist halt immer so die Sache. Man könnte, vielleicht könnte man es, aber will man es? Manche können es und wollen es. Oh, wow. Das hat aber wehgetan hier. Warum habe ich denn gar keine Minions eigentlich mehr? Was ist denn da passiert? Ah, Chaos. Ich habe das Chaos gar nicht gemacht. Nicht viel... Ja, genau. Ja. Ja. Erzähl mir doch was anderes. Ich mache das Gleiche. War genau so ein Quatsch mit Grasul vorhin. Jetzt ist er auch tot. Warum ist er jetzt gestorben? Er hatte doch noch ein Leben. Achso, wegen den Super-Elementar-Steinen wahrscheinlich, ne? Vermute ich mal. Gehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Der Heiler kann ja von mir aus sonst wo hingehen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir... ...die hier bearbeiten. Weil Ruffian ist halt auch bald nicht mehr da. Aber der Gegner auch nicht. Okay, gut. Ja, das war dann schon ein bisschen knapper jetzt mit den 4 Sterne und unemblemierten Fünferen und so, ne? Okay, alle Teams sind auch weg. Gut, wir nehmen Aradia mit. Wir nehmen Blüte mit. Wir nehmen... Ah, ne, Blüte brauchen wir gar nicht. Wir nehmen Fenexa mit. Wir haben Ukonen dabei. Wir nehmen Kohlen mit. Und Mayanna. So, das ist unser Team, mit dem wir da reingehen. Truppen. Ja, komm, jetzt passen wir die Truppen auch mal an. Kann da sogar bleiben bei Fenexa. Okay, auf geht's. Können wir sogar die Energie auf 0 runterspielen und müssen dann nochmal für eine, für das letzte Level dann einmal aufladen, sozusagen. Aber das ist okay, weil ich muss auch noch andere Sachen machen. Von daher, aufgeladene Weltenergie ist jetzt nicht das Schlimmste für mich im Moment. So, Hypnos macht... Ja, ich hab keinen dabei, der klingt... Oh, Kohlen, Alter. Was ist denn da los? Senior Kohlen. Ja, geht wahrscheinlich auf Kohlen und haut ihn mir raus. Naja, doch nicht. Immerhin. Wir machen mal Aradia an. So, jetzt schnell Fenexa anmachen, schnell ihn anmachen. So, jetzt sieht es erstmal gut aus. Keiner mag ihn. Soll weggehen. Geh jetzt weg, Hypnos. Ich mach jetzt Aradia in der nächsten Runde. Wäre ja Quatsch gewesen, jetzt da grad zu machen. Oh, wow. Okay. Ja, das... Dann ballert natürlich... Ähm... Fenexa und sowas alles, ne? Wenn sowas kommt. Das tut weh. Nicht schlecht. So, da wir Hypnos los sind, hoffe ich einfach mal, dass der auch nicht wiederkommt. In der Bossrunde. Und Welle 3 von 5. Theoretisch, da wir jetzt alle einmal feuern können, können wir das Chaos auch aufheben für die letzte Runde. Schauen wir erst Aradia an. Dann so, dann so, dann so. Ah, sieht gut aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Das ist halt massiver Schaden jetzt, ne? Ich hatte sogar noch einmal Chaos gut. Brauchen wir gar nicht. Okay. Sehr schön. Das haben wir auch. Dann einmal auffüllen, bitte schön. Dankeschön. So. Okay. Die erste Runde ist immer die schwierigste. Wenn du einmal rankommen musst mit deinen Specials, dann geht eigentlich. Vor allem hier in der Kombination ist das halt relativ stark. Du guckst, dass da für ein Schaden bei rumkommt. Jetzt haben wir alle an. Jetzt können wir sogar hier der zweiten Welle so reingehen. Chaos kann ich mir sogar noch aufheben. Mal direkt down. Und Helden sind wieder an. Fängen wir durch die nächste Welle einmal durch. So, jetzt gucken wir, dass wir unsere Helden wieder einigermaßen voll kriegen. Herzlichen Glückwunsch. Hat funktioniert. Ah, jetzt geht's weiter. Ich brauche das Chaos erstmal nicht. holen und feuern nochmal. Ich glaube ich auf Kombo, sodass wir unsere Helden ja, ja, ist in Ordnung. Schauen wir dich mal an. Wir machen jetzt das Chaos. Tada. Einen Kritschaden haben wir ja trotzdem immer noch. Es war sogar so eine Kombo, dass wir jetzt alles voll haben. Und dann ist halt auch schnell Game Over hier viel. Und wir haben nochmal das Chaos. Was machen wir jetzt auch nochmal? Easy. Mit den Helden geht das natürlich. Gut. Okay. So, wir haben unsere super Elementarmünzen gesammelt. Alles schick. Gehen wir mal eben hier einmal gucken. Was haben wir? What? Was ist das denn für eine Kiste? Ach. Okay. Super Elementarportal. Neun Beschwörungen haben wir tatsächlich. Okay. Ähm. Wir haben haben wir einen Vier-Sterne-Helden neu dabei? Nö. Okay. Hilt man nicht für nötig. Alles klar. Hauptsache Fünfer. Gut. Ist Niki. Ähm. Magierklasse. Super Elementarfamilie. Kennen wir. Die ganzen Kraftjuwelen haben wir gerade gesehen. Ja. Alpha-Fähigkeit. Regeneration. Okay. Von mir aus. Soll sie haben. Passiv. Ähm. Die Truppen dieses Helden verursachen zusätzlichen Elementarschaden gegen das schwächere Element. Also gegen Grün. Zusätzliche Elementarschaden verursacht plus 100%. Passive Fähigkeit als verteidigender Charakter. Also das erste war als Angreifender. Jetzt als Verteidigender. Dieser Held erleidet weniger Elementarschaden durch Truppen des stärkeren Elements. Also blau. Elementarschaden erlitten minus 10%. Okay. Also wenn er in der Defensive steht. Wir mit blau reinspielen. Machen wir da bei ihr als roten Helden weniger Schaden als wenn wir in einen anderen roten Helden spielen würden. Und ihre Truppen. Also die Truppe die wir unter ihr platziert haben. Offensiv macht bei einem grünen Gegner mehr Schaden als die Truppe die wir unter einer Majenna oder sonst wem positioniert haben. So. Was haben wir denn hier als Special? Die Qualernte. Ach herrje. Maner Geschwindigkeit langsam. Alles klar. Ist also eher so für Rush womöglich. Oder in Kombination mit Nautica. Das muss man jetzt immer dazu sagen. Weil Nautica halt die Helden relativ zügig anmacht. Alle langsamen Helden. Werden da dann wieder relevant wenn man Nautica hat. Diese Spezialfähigkeit verfehlt ihre Ziele nie. Gut. Kennen wir. Haben wir jetzt in letzter Zeit häufiger gelesen sowas. Ich nenne es immer so die Konter für Schar. Haben wir jetzt in letzter Zeit ein paar Helden mit gehabt. Ist also ganz okay. Nautica wird uns im Rush wahrscheinlich helfen. Also das heißt verfehlt ihre Ziele nie. Also wenn sie blind ist trifft sie. Wenn da Dodge ist trifft sie. Sie trifft halt immer. Von daher soweit erstmal gut. Das einzige. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Verursacht 430% Schaden bei allen Gegnern. Das ist viel bei 1315. Also wenn sie feuert dann ballert das aber auch. Richtig. Das einzige was natürlich ist. Jetzt verfehlt nie. Das heißt aber nicht dass sie immer alle trifft. Wenn jetzt ein Spotter da an ist. Dann trifft sie nicht alle. Sondern nur den Spotter. Aber den trifft sie. Selbst wenn der Spotter jetzt Dodge drauf hat. Dann würde sie ihn mit 430% treffen. Aber halt nicht alle anderen. Weil das verhindert halt in dem Fall der Spott. Heilt alle Verbündeten mit weniger als 60% Lebenspunkten. Okay. Feuerverbündete werden bis 75% Leben. Andere Verbündete bis 60% Leben geheilt. Und ja das ist so eine Sache wie Raffaele zum Beispiel. Der hat das auch immer. Das weiß ich noch. Weil ich ihn dann da gespielt habe. Der hat alle Leute zum Beispiel. Egal wie viel Leben sie hatten. Bis 50% hochgelevelt. Und dann kam noch Heilung über Zeit. Und so im Endeffekt ist das jetzt hier halt auch. Also wenn jetzt ein Feuerverbündeter. Ein Lebenspunkt hat. Und ein Feuerverbündeter. Naturverbündeter ein Lebenspunkt hat. Dann wird der Feuerverbündeter. Also der Rote. Bis zu 75% hochgelevelt. Und der andere. Der Grüne in dem Fall. Dann bis 60% hochgelevelt. Wenn die jetzt mehr als 60% Lebenspunkte haben. Dann passiert keine Heilung. Das gilt nur für alle Helden. Die unter 60% Lebenspunkte haben. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also es ist. Ein Held der Schaden macht. Ungleichzeitig halt auch noch. Heilen kann. Muss man ja sagen. Das ist ja keine fixe Heilung. Sondern wenn halt über 60% Leben kommt. Halt keine Heilung. Aber so. Vom Prinzip her. Hält sie. Wo kann man sie jetzt hinpacken. Offensive, Defensive im Rush. Ja. Das geht. Langsame Helden immer gut. In der Offensive mit Nautica zusammen. Möglich. In der Defensive neben Nautica. Möglich. Nicht meine erste Wahl. Aber könnte man machen. Events. Weiß ich nicht. Wenn man mit dem roten Event Team spielt. Und auf legendär. Dann mit Supermana. Dann voll macht. Wie auch immer. Dann kann das schon ordentlich zwiebeln. Sagen wir mal so. Weil da geht es ja dann wirklich um Schaden. Auf mindestens drei. Bei. Da sie auf alle geht. Wäre sie zumindest eine Option für Events. Ja. Macht jetzt nichts Spezielles. Was Events jetzt irgendwie ausmacht. Wie geteilter Schaden. Oder. Oder. Ein Deathdown. Oder sowas. Ne. Aber wenn man halt einen Wilbur hat. Und. Oder einen Ilmarin. Und dann einen Nikki drauffeuert. Dann sollte das schon massiven Schaden machen. Gleiches gilt für Türme. Ja. Weil da auch drei Endgegner sind. Da würde sie auch auf alle gehen. Also das wäre noch so eine Möglichkeit. Beim Titan sehe ich sie nicht. Dann nur. Dann wirklich nur mit nebenwegen hohem Teilchenschaden. Teilchenschaden. Also. Wenn man jetzt. Ich sage mal so. Keine Nautica hat. Ja. Dann würde ich sagen. Und keinen hat. Ja okay. Sagen wir so. Ohne Nautica. Was Kriege angeht. Und Turniere. Nur Rush. Weil sonst ist sie zu langsam. Ganz einfach. Mit Nautica. Im Endeffekt. Auch in normalen Kriegen. Theoretisch. Wenn man halt. Keine. Guten Kombinationen hat. Wie auch immer. Aber das. Das würde gehen. Events. Türme. Ja. Wenn man da sowieso. Auf Rang spielt. Und mit Items. Da sowieso reinballert. Und viele Wirbelwinde. Er hat ein Wirbelwind. Tornado. Ist ja das gleiche. Hurricanes. Und Wirbelwinde. Und sowas. Alles. Dann nutzt du Mana. Reinballert. Wie auch immer. Dann. Geht das natürlich auch. Ja. Weil. 430%. Bei 1315 Angriff. Das. Das tut schon weh. Das heißt. Es ist im Endeffekt. Ein Held. Den man. Unter gegebenen Umständen. Entweder auch. Häufig nutzen kann. Oder halt dann. Also. Ich würde sie jetzt gar nicht. Nur im Rush nutzen. Weil Events. Türme. Nicht so meins. Ja. Events habe ich mein blaues Team. Das. 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 Macht ich schon. Das regelt schon. Wenn ich ein rotes Team bräuchte. Dann könnte man sie jetzt leveln. Ja. Theoretisch. Für Leute. Die. Nicht gegen. Krasse. Schnelle. Verheerende. Defensiven spielen. Die können wahrscheinlich auch. In normalen Kriegen. Langsame Helden nutzen. Dann wäre sie da. Auch eine Option. Weil die super Elementarsteine. Darf man nicht vergessen. Die sind halt immer mega nervig. Machen zwar wenig Schaden. Aber für mich. Ist das so eine Kopfsache. Wenn ich dann sehe. Die Steine. Ploppen da wieder auf. Ich kriege Schaden. Auch wenn es nur wenig ist. Aber das. Kann auch. Zermürbend sein. Weil du instinktiv. Immer die Steine wegspielen willst. Und dann kriegst du ja auch noch Schaden. Wenn du die machst. Nicht so. Ganz so einfach. Ähm. Ja. Also. Es kommt prinzipiell. Darauf an. Was man. Was man machen möchte. Hat man eine Nautica. Ja. Nein. Spielt man Türme und Events. Ja. Nein. Und dann kann man sich das so ungefähr. Selber überlegen. Wenn man sagt. Ich habe keine Nautica. Und ich spiele auch keine Türme und Events. Dann wäre es nur ein Held. Den man für Rush levelt. Ja. Wenn man jetzt sagt. Ich habe Nautica. Und ich spiele auch gerne Türme und Events. Dann könnte man sagen. Okay. Die Kombination Nautica. Nautica Niki oder Nautica plus langsamer Held ist eine Option. Ist jetzt nicht so. Dass ich jetzt sagen würde. Das ist das Beste was es gibt. Aber es ist halt eine Option. Langsamer Helden in andere Kriege. Oder in andere Kriegsmodi zu integrieren als Rush. Daher. Jo. Könnt man mal drüber nachdenken dann. So. Wie sieht es denn hier aus. Ja. Hier sind einige rote Helden dabei. Die mich interessieren würden. Es ist jetzt nicht so. Dass wir hier beschwören werden. Großartig. Wir hauen die neuen Münzen raus. Die wir haben. Und. Gucken einfach mal. Wenn irgendwas. Legendäres kommt. Ist natürlich super. Kamenter hätte ich schon Bock zu. Also das was ich nicht. Möchte. Ist ein Irrwitzhammer. Und. Aradia. Die brauche ich wirklich nicht. Nochmal. Aber ansonsten. Na nicht. Ich wollte eigentlich. Am Anfang gehen. Aber wenn jetzt noch alle. Alle vier Sterne hier in rot kommen. Und drei Sterne. Ah. Du wusstest dass das so. Viel noch ist. Aber wir müssten jetzt gleich. Vorne sein. So. Da sind wir. Okay. Saria. Doxan. Ignatio. Ignatio wäre ganz geil. Doxan würde ich auch nehmen. Ein von den beiden. Das sind so die. Die als allererstes da waren. Die waren. Die waren cool. Wir kriegen was rotes. Ufus. Okay. Saria. Wir kriegen was rotes. Ey. Angieren. Da haben wir erstmal. Okay. Ein Trainerheld. Okay. Auch ein drei Sterne. Sehr schön. Okay. Nochmal Hufus. Ja. Okay. Bonus. Okay. Kann man erstmal so nichts zu sagen. Erstmal. Erstmal sehr solide. Jetzt steigern wir uns auch noch von den Sternen. Junge, Junge, Junge. Jetzt geht es ja richtig die Post ab hier. Okay. Okay. Scarlet. Mhm. Mhm. Trainerheld. Okay. Euer Trainerheld. Ungewöhnlicher. Wir hatten gerade einen seltenen. Fünf Prozent. Gestalt. Den nehmen wir. Gut, dass du mir den gezeigt hast. Den hätte ich gerne. Nicht Bauch an. Okay. Aber Gladius brauche ich halt auch nicht mehr. Ich habe so viele. Obwohl ich nicht viel beschwöre. Aber ich kriege die durch Einzelbeschwörungen immer. Ich will den gar nicht so viel haben. Okay. War jetzt. Was rote Helden angeht. Nicht das Beste. Aber ich will mich nicht beschweren. Ist soweit erstmal. Alles. In Ordnung. Okay. Elemente haben wir erledigt. Ja hier. Geht alles jetzt in den. In den High rein. Damit wir den. Fertig kriegen. Dann können wir. Den mythischen Titan in Angriff nehmen. Ein wenig nur. Okay. Zack. Okidoki. Er ist fertig. Und dann schauen wir mal. Was wir mit dem jetzt machen. Erstmal werden wir ihn emblemieren. Ja. Das mache ich jetzt aber nicht mehr in diesem Video. Okay. Gut. Ja. Das war es vom Wettstreit der Elemente. Da haben wir alles durchgemacht. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Ciao.